Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Petentinnen und Petenten! Und auch eine ganz besondere Begrüßung an die Staatssekretäre auf der Regierungsbank, mit denen wir sehr oft zusammensitzen und an vielen Stellen direkt auch an den Problemen arbeiten. Auch dafür meinen herzlichen Dank. Und die Kollegin Gabriele Lösekrup-Müller, die möchte ich gerne noch mal herausstellen, die in vielen Stellen zu Gesprächen da war, die aber auch ganz genau die Arbeit des Ausschusses kennt und sie jahrelang entscheidend geprägt hat. Und die letzte große Reform vor zwölf Jahren des Petitionswesens wurde angesprochen. Liebe Gabriele, du warst eine der tragenden Kräfte. Und der treibenden Kräfte, die das damals vorangebracht hat, dafür herzlichen Dank. Allzu lange wirst du da nicht mehr sitzen. Du kandidierst leider nicht mehr. Wir wünschen dir an dieser Stelle auch aus dem Petitionsbereich noch mal alles, alles Gute und vielen Dank und vielen Dank für deine Arbeit hier im Haus. Und dasselbe gilt für den Kollegen Günter Baumann. Auch an der Stelle, wir haben es eben schon gehört, 15 Jahre Mitarbeit im Petitionsausschuss. Länger? Entschuldigung. Dann länger. Lange Arbeit im Petitionsausschuss. An vielen Ständen stellen ein Kämpfer und Streiter für die Anliegen der Menschen. Wir haben uns in dieser Arbeit im Petitionsausschuss zusammengerauft. Man merkt auch, große Koalitionen stößt da manchmal an ihre Grenzen, was geht und was nicht geht. Die eine oder andere Sache haben wir gut hingekriegt. Bei der einen oder anderen Sache hätten wir uns sicherlich was anderes gewünscht, im gegenseitigen Verhältnis auch. Aber das ist dann manchmal so. Also persönlich wünsche ich dir alles, alles Gute für die Zeit danach. Bleib gesund und verfolg weiter, was wir hier so treiben. Es ist ganz viel gesagt worden zum Petitionsrecht. Es ist ganz viel gesagt worden, wo Petitionen helfen. Ich bin aber auch froh, dass wir in dieser Wahlperiode noch etwas machen, was wir noch nie gemacht haben. Wir machen eine Anhörung, wie sich dieses Petitionsrecht weiterentwickeln muss. Und da muss was passieren. Da ist an vielen Stellen die Sache angestaubt und wir müssen bürgerfreundlicher und bürgernäher werden. Was ich heute besonders betonen möchte, sind Ereignisse, die sich in unserer Arbeit widerspiegeln. Und nachdem im Jahr 2015 mehr als eine Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, ist es selbstverständlich, dass sich das auch in der Arbeit unseres Ausschusses widerspiegelt. Während öffentliche Debatten darüber geführt wurden, wie Deutschland mit den Herausforderungen umgehen soll und die Bundesregierung umfangreiche Pakete zur Flüchtlings- und Asylpolitik beschlossen hat, erreichten auch die Petitionen von Flüchtlingen den Petitionsausschuss des Bundestages. Und das Petitionsrecht ist ein Grundrecht für alle Menschen. Die Betroffenen oder besser gesagt die zahlreichen in der Flüchtlingshilfe Engagierten, denn den Betroffenen selbst fehlen oft die Sprachkenntnisse, baten den Petitionsausschuss um Hilfe. Hilfe in der Zusammenführung ihrer Familien Hilfe, wenn es Fehler in Verfahren gab. Sie baten darum, in besonderen Fällen die Visaverfahren zu beschleunigen. Sie baten darum, ihre Asylverfahren in Deutschland durchführen zu dürfen. Und sie baten darum, bleiben zu dürfen. Hinter jeder Petition verbarg sich ein anderes menschliches Schicksal. Vielfach sehr begründete Anliegen und über alle Fraktionsgrenzen hinweg konnte auch oft geholfen werden. Aber all die Fälle zeigen, und damit meine ich auch die eigene Regierungsarbeit, damit meine ich auch unsere eigene Fraktion, zeigen, dass hier weiter Handlungsbedarf ist. Wir haben Handlungsbedarf, wenn es um die Situation der Kinder und Jugendlichen geht. Wir haben Handlungsbedarf bei der Familienzusammenführung. Hier müssen wir unsere Regeln im Sinne von Humanität, von Menschlichkeit reformieren. Wir haben ganz dringenden Handlungsbedarf. Und was meiner Meinung nach gar nicht geht, sind die Abschiebungen nach Afghanistan. Und gerade als Mitglieder des Petitionsausschusses sind wir gefordert, hier Änderungen einzufordern. Wir haben nur einmal im Jahr als Ausschuss die Möglichkeit, unsere Arbeit im Plenum des Deutschen Bundestages vorzustellen und allen Beteiligten ringsum die Petitionsarbeit zu danken. Heute möchte ich allen Helferinnen und Helfern, allen, die in der Flüchtlingsarbeit engagiert sind in ganz Deutschland, Danke sagen für das, was sie täglich leisten. Und ich bin stolz darauf, dass wir auch in Fällen hier weiterhelfen konnten. Mein Dank geht natürlich auch an meine Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen im Ausschuss. Mein Dank geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschussdienstes für ihren guten Job. Und große Unterstützung haben wir durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Büros. Jeder Abgeordnete ist nur so gut wie sein Team, hat mein Freund Toni Schaaf mal gesagt, hier an der Stelle. Und diesen Dank in diese Büros möchte ich gerne hier weitergeben. Und mein Dank auch noch mal an die Ministerien für die gute Zusammenarbeit in vielen Berichterstattergesprächen. Ich sage auch Dankeschön. Und zum Abschluss dieser Aussprache hat der Mr. Petitionsausschuss, der Kollege Günter Baumann für die CDU und CSU das Wort.